Musik Auf diesem Album beschäftigen wir uns mit zwei unterschiedlichen musikalischen Genres, die aufs erste Hören ziemlich weit auseinander zu liegen scheinen, nämlich Barockmusik und Jazz. Und in der Auseinandersetzung mit diesen beiden musikalischen Genres haben wir ganz viele Brücken und Verbindungen gefunden, die diese Musikstücke viel näher zusammenbringen, als man eigentlich erwarten würde. Zum Beispiel die Infosation oder die Wichtigkeit der Basslinie. Und die Wichtigkeit des Timings, was Groove bedeutet im Jazz. Man hört das als Groove. In der Barockmusik gibt es das auch. Und das ist das Gefühl, das es swingt. Und das ist etwas, was absolut verwandt ist. Ja, wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Und im Prinzip haben wir schon ganz früh angefangen zu improvisieren, vielleicht sogar ohne es zu merken. Ich glaube, dass man wahrscheinlich auch in jedem klassischen Stück irgendwann anfängt zu improvisieren, indem man einfach Sachen verändert, neue Farben probiert, neue Timings probiert. Und dieses Programm bietet natürlich ganz besonders viel Fläche zur Improvisation. Was ich erlebe bei unserem Duo, das ist das, was faszinierend ist, dass es immer ist wie neu. Ob das improvisiert ist oder ob es anders gedacht ist oder ob es ein Impuls von dir kommt. In der Barockmusik funktioniert das super und im Jazz erst recht. Also das sind zwei Genres, die prädestiniert sind, immer spontan Dinge verändern zu können. Und so erwartet man eigentlich gar nicht das, was man jetzt zu hören bekommt und erlebt das jeweils Gehörte ganz neu. Und so erwartet man eigentlich gar nicht das, was man jetzt zu hören kann.